von vorwerk gibt es aus der serie thermomix rockstars den steingut bräter betty und den haben wir hier heute bekommen und packen einmal aus stoneware bräter das ist auf jeden Fall so verpackt, dass er auch sicher hier angekommen ist da haben wir einmal eine anleitung der bräter hat ein passungsvolumen von 4 liter und ist aus stein der passende deckel sehr gut verpackt noch mal raus den Deckel setzt ihr dann da drauf und habt einen bräter für lasagne für braten oder um einfach mal ein schönes brot zu machen ein brot frisch zu halten was man mit dem bräter dann im detail alles machen kann das werden wir dann in anderen videos euch einmal aufzeigen ein paar wichtige hinweisen noch für diese steingut form sie darf nicht in die spülmaschine und die maximale temperatur beim backen im backofen betreibt 230 grad wenn dir dieses video gefallen hat freue ich mich über ein baum hoch ein abo meines kanals und wenn du es noch nicht gemacht hast vergisst nicht die glocke backo 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 67 s d